Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mit dabei ist heute wieder der liebe Epic. Hallo. Und Epic, deine Häutlinge können komische Dinge machen. Du siehst einfach Wesen, also ein Wesen anscheinend, was sich irgendwie so rumgeistert. Du siehst mich, ja das ist gut. Das ist so doll gruselig, das stimmt. Beim letzten Mal war das unten im Pool einfach. Es war hier, also du hast dich ja auch ein bisschen versteckt. Wir hatten es auch eingefangen. Ich habe dir am Anfang gar nicht geglaubt, muss man dazu sagen, dass du da wirklich irgendwas siehst. Wir haben ja angefangen, das bei, ja oben zu sehen tatsächlich. Dann bei Nick und Rick war es dabei. Es hat uns verfolgt und ich habe keine Ahnung, was du da siehst. Deswegen, ich würde heute gerne erst mal schauen, ob es noch da ist, weil es war ja schon mal der Gedanke, dass du einfach ein bisschen übermüdet bist. Aber man muss dazu sagen, wir waren ja auch beim Optiker und er meinte, die Augen, die du jetzt hast, die sind irgendwie von einem Verrückten. Und wenn der irgendwas gesehen hat, dann siehst du vielleicht wirklich was. Und das ist echt creepy, muss ich sagen. Also, siehst du es hier irgendwo am Anfang erst mal? Gerade sehe ich es nicht. Nee? Nee, 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 nee. Hier ist alles gut. Wir machen mal so eine kleine Tour hier, um zu schauen. Ja, das ist aber gruselig. Ich würde es vielleicht auch gar nicht mehr sehen. Ja, um zu schauen, aber wir müssen es gucken. Wir müssen gucken, wo es ist eventuell, weil wir dann auch alleine schauen müssen, was es auch bei uns möchte oder von uns möchte. Also, du kannst auch mal hier gerne einmal runtergucken. Hier sehe ich nichts nicht. Hier ist alles gut. Oben könnten wir mal hier gucken. Da, unter uns. Hier, direkt unter mir. Da unten beim Feld. Hast du es? Das ist direkt hier oben beim Feld. Unten auf der Erde sitzt es. Okay, es sitzt da. Ja, es sitzt da. Okay. Es ist doch hoch. Okay. Du bist so gruselig. Siehst du es? Nein, ich sehe es nicht. Du sitzt es. Okay, und wenn wir jetzt mal hinlaufen würden. Wir laufen mal hin zu dem Lesen. Ich würde jetzt nicht hier laufen. Doch, wir laufen da jetzt mal ganz kurz hin. So, wir gucken das uns mal an. Und dann schauen wir mal. Dann sagst du mir mal, was das macht, okay? Weil reden kann man mit dem anscheinend nicht. Also, wir haben schon mal überlegt, ob du vielleicht irgendwann mal mit dem reden könntest. Du darfst vielleicht gar keine Angst haben. Vielleicht ist es ja auch ein Liebeswesen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da sitzt es, sagst du? Ja, pass auf. Da ist es. Da ist es. Der schaut uns an. Okay. Und was macht es? Du sitzt da nur und schaut. Okay. Und es hat auch nichts in der Hand. Es ist ganz lieb. Es bewegt sich nicht, ne? Nee, nee, nee. Genau da geradeaus vor uns. Alles klar. Also, ich sehe, wie gesagt, gar nichts. Also, es ist... Ich kann ja einfach rumlaufen. Pass auf, pass auf, pass auf. Ja, ich... Katja, du kannst einfach durch. Ja, ich sehe es ja auch nicht. Du kannst auch durchlaufen. Mhm. Doch, kannst du? Ja, mach ich aber nicht. Ja, ich weiß. So, also, okay. Ich würde es ja doch gerne schon auch mal sehen. Weißt du, was richtig viele in die Kommentare geschrieben haben? Was denn? Dass wir eventuell noch mal zum Optiker gehen sollten und fragen sollten, ob wir nicht mal vielleicht Augen tauschen könnten. Das heißt, ich sehe dann, was du siehst. Ja, du siehst, wie ich sehe. Ich sehe nichts besonderlich gut, aber du würdest schon genügend sehen. Und dann sehe ich eventuell auch das Wesen, dieses paranormale, keine Ahnung, Ding, was hier irgendwie rumläuft. Das ist eine gute Idee. Ich bin mal gespannt. Vielleicht macht das der Optiker halt auch noch gar nicht. Dann müssen wir uns was anderes überlegen. Fährst du Bahn? Ja. Oh, ich bin ewigkeiten hier keiner Bahn mehr gefahren. Ich laufe immer. Weil da kann ich mich immer näher offen, weil ich kann nicht wieder zurückschieben. Überholspur bin ich. Ich bin genau auf den Schienen. Halt auf den Weg. Oh, ich hole dich auf, ich hole dich auf. Und? Nein. Nein. Fröchheit. Und dann geht es schnell nach oben. Wir müssen natürlich auch gucken. Ich glaube, der Optiker hatte auch nur für so eine kurze Zeit eigentlich bei uns offen. Also wir sollten auf jeden Fall schauen, dass wir möglichst schnell alle Sachen mit ihm, ja, von uns irgendwie wegbekommen. Dass wir es auf jeden Fall machen. Ähm, hi, schaut. Ich habe da eine Frage. Du weißt ja, dass wir dich mal gefragt haben wegen Epics Augen. Und du meintest, das ist von einem Verrückten. Wer hat denn da eine Idee zum Tauschen eventuell? Ähm, ihr wollt was? Ja, wir wollen, dass unsere Augen getauscht werden. Also, dass ich Epics Augen bekomme, ja, meine. Und dann sehe ich eventuell auch das Wesen. Also, an sich kann ich sowas machen. Aber das kostet etwas. Wärt ihr bereit, mir 40 Gold zu geben für die Leistung? 40 Gold? Ähm, ja. Ich denke schon, zu nutzen müssen wir es holen schnell. Ja. Wir holen es erst mal, oder? Okay, holt das Gold und dann legen wir los. Ja, okay. Ich habe nichts dabei. Ich habe ein Diamant. Ich habe auch gar nichts. Wir gucken mal in unseren Kisten. Wir schauen mal in den Kisten. Ansonsten gehen wir noch mal kurz nach unten in unsere Mine. Beziehungsweise eventuell hat unser großer Staubsauger-Roboter, sag ich mal, da eh vielleicht schon ein bisschen Gold aufgelutscht und uns das in die Kisten gelegt. Wäre schon nice. Wir gucken mal. 40 Gold, ne? Ja. Dann geht es ab nach oben. Okay. Ich meine, wir haben ihm beim letzten Mal auch schon ein bisschen Gold gegeben. Deswegen könnte es schon sein, dass wir ja nicht mehr so viel haben. Ja, oh, ich habe Goldflöcke. Ja, perfekt. Oh, das ist sehr gut. Also eigentlich reicht es dann, obwohl, nee, Moment. 9, 18, 27, 36 und 40. Ah, danke schön. Moment. 9 reicht 40. Ja. Passt perfekt. Sehr gut. Wir sollten mal weiter hier ein bisschen aufräumen. Und wir haben ja unsere Steine schon mal hier so ein bisschen einsortiert. Und ich glaube, irgendwas hatten wir doch noch. Angeln? Oh, nee. Eigentlich der Rest ist echt nicht so gut. Aber immerhin. So, 40 Gold haben wir. Das war gar kein Problem. Dann gehen wir mal Augen aufs Taschen. Denkst du, es klappt, dass ich da wirklich was sehe? Ich hoffe, dann siehst du tatsächlich die miese, fiese Figur und ich nicht mehr. Ja. Ist sie noch da? Oder ist sie woanders? Hier sehe ich sie jetzt gerade nicht. Nee, 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 nee. Ah, ja gut. Ja, dann kann ich auch mal sehen, ob das wirklich stimmt. Was du da so sagst. Ja. Und ich bin gespannt, wie sie aussieht. Und sind auch schon wieder da. Oh, okay. Er ist sogar draußen. Wir haben das Gold. So, also, das wird jetzt gleich etwas wehtun. Und ihr wollt das wirklich? Ja. Ja, wir wollen das wirklich. Also, ich glaube, Epic wird es tatsächlich besser gehen, wenn er das nicht mehr sieht. Und ich weiß nicht, ob ich ihm hundertprozentig glauben kann, weil ich sehe es halt nicht. Wirklich. Und dann soll er mal jetzt seine Magie walten lassen. Ich schließe meine Augen. Oh, das hat, das hat, das hat, das hat fratvoll weh getan. Epic, was ist das? Moment. Ich sehe langsam wieder was. Ich auch. Oh, ich habe deine Augen. Oh mein Gott. Es hat funktioniert. Oh, schau. Schau, du hast es gemacht. Könnt ihr sehen? Ich sehe alles. Ich auch. Wo bist du? Oh, du hast meine Augen. Die sehen bei dir irgendwie komisch aus. Die sind viel zu hell für dich irgendwie. Das bin ich nicht gewohnt. Dann hat es funktioniert. Zum Glück habe ich sowas noch nie gemacht. Ja, dann viel Spaß euch. Warte mal. Er hat es noch nie gemacht. Das hätte er uns früher sagen sollen. Das hätte er uns echt früher sagen sollen. Okay, Leute. Ich habe jetzt einfach Epics Augen bei mir drin. Und ich würde sagen, ich gucke direkt mal, ob ich etwas sehe. Wenn ich jetzt nichts sehe, was machen wir dann eigentlich? Ich weiß es nicht. Das wäre super enttäuschend. So, ich fahre jetzt auch. Ich kann hier gar nicht fahren. Ich fahre doch nicht. Hey. Ja, jetzt bin ich aber mega gespannt, was daraus wird hier. Oh Gott. Also, ich sehe hier noch nichts. Oh nein, das ist hier nicht. Oh mein Gott, Epic. Wenn du mich jetzt die ganze Zeit angelogen hast und wir einfach Augen getauscht haben und ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, oh Manni, das ist ja voll doof. Ich sehe es nicht. Und du siehst es ja auch nicht. Du kannst mir nicht mal zeigen, wo es wäre. Nein, ich sehe es absolut nicht. Oh nein. Hier ist es auch nicht. Muss die irgendwo sein. Ja, ich gucke mal. Ich gucke mal. Oh nein. Irgendwie habe ich ein doofes Gefühl. Ich glaube, das war für die Katz und wir haben einfach 40 Gold ausgegeben. Okay. Ja, wir gucken mal hier unten. Wir gucken mal hier. Ich meine, wo kann es denn sonst noch sein? Hier haben wir niemanden bei unserer... Oh, ich will gucken erst im Schlafzimmer und so weiter und so fort. Aber da sehe ich auch nichts. Oh, nö. Warum ist denn das jetzt nicht da? Hallo, Monster oder Nervensieger? Hast du irgendwas gesehen? Ich glaube nicht. Nein. Das hat ja auch schon mal auf deinem Bett gehockt. Das stimmt. Hm, nee. Siehst du es hier nirgendwo? Nein, das ist hier nicht epic. Wo können wir denn noch gucken? Wollen wir oben mal schauen? Ja, ja. Das ist eine gute Idee. Okay, wir gucken mal oben. Dann geht es hier nochmal ganz hoch. Vielleicht gibt es hier irgendwas. Also, nö. Ich weiß auch gar nicht, nach was ich irgendwie ausschauten soll. War das dunkel epic? War das hell? Also, wie sah der denn aus? Hell mit rot. Hell mit rot. Ja, gut. Das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Danke dafür. Vielleicht ist er wieder am Wasser. Beim letzten Mal hast du ihn beim Anfang beim Wasser gesehen. Stimmt. Äh, nö. Der Stand ist sogar bei... Ah, vielleicht müssen wir nach da unten tau. Also, nicht nach da unten. Ich meine zur anderen Seite. Ach, nö. Ach, das ist ja doof. Ja, gut. Okay, dann gehen wir nochmal runter. Gucken mal, dass wir vielleicht irgendwie zum Festland kommen. Und eventuell steht das Wesen da. Ansonsten sehe ich hier halt wirklich einfach gar nichts. Epic, ich sehe es. Es guckt mich an. Ich sehe es. Siehst du es? Ich sehe es nicht. Nein, du siehst es. Oh mein Gott, es schlägt nach mir. Es sieht mich. Warte, warte, warte. Da ist es einfach. Da ist es einfach. Moment mal. Du hast mich wirklich nicht angeschwindelt. Oh mein Gott. Warum sieht es auch so gruselig aus? Ich weiß es nicht. Es sieht richtig richtig gruselig aus. Ist es jetzt hier? Es steht da einfach und guckt mich an. Endlich siehst du es. Oh mein Gott. Hallo? Und oh mein Gott. Vor allen Dingen, dass du einfach durchlaufen konntest. Es steht halt einfach wirklich nur da. Es ist so gruselig. Es ist super gruselig. Oh mein Gott. Ich war noch nie so nah dran. Oh mein Gott, wie das aussieht. Es sieht mich. Es kommt zu uns. Es kommt. Renn, 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 renn. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich bin hinter dir. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Rennst du? Hast du das gehört? Was war das denn? Hattest du Kettensäge an? Weiß ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Was? Warte, warte, warte. Da. Moment. Es kommt. Wo sollen wir lagen? Nein, 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 nein. Ich weiß es nicht. Warum hat es eine Kettensäge dabei, Epic? Ich dachte, es ist lieb. Ich dachte auch, es ist lieb. Ich gehe in die Ecke hier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nervensäge. Es kommt zu uns. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Wo sollen wir hin? Aber du hast es ja nicht mehr. Geh weg, geh, 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 geh. Oh mein Gott. Ich habe nichts dabei zum Einbau. Und ich baue mich hier mit Crabble ein. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es ist gruselig. Oh mein Gott. Nee, lass es in Ruhe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert denn hier? Aber es macht aktiv was kaputt. Siehst du das wenigstens? Ich sehe gar nichts. Oh mein Gott. Es verschwindet einfach Crabble. Das sehe ich. Ja. Es will hier. Es will uns. Es will uns. Es will uns. Ich glaube, es ist nicht so erfreut darüber, dass ich es jetzt sehen kann. Ich glaube, es wollte lieber bei dir sein. Bei dir war es lieb. Also ich weiß jetzt nicht, ob es noch da ist. Ich gehe mal ganz kurz gucken. Es hatte einfach eine Kettensäge in der Hand. Ich dachte, also du hast mal gesagt, es ist eigentlich ganz lieb. Und guck nur. Ja. Oh mein Gott. Epic. Ich habe mich richtig doll erschreckt. Es könnte überall einfach sein. Es ist über uns einfach. Das gibt es doch nicht. Was ist das denn? Es hat hier einfach Türen kaputt gemacht. Hey. Es ist da oben. Das verfolgt uns. Oh mein Gott. Kann ich hier einfach zumachen? Der geht hier einfach gar nicht. Der geht hier wieder runter. Oh man, Epic. Das ist ja... Warum sieht es denn so gruselig auch noch dazu aus? Oh mein Gott. Es verfolgt mich wirklich. Ich will nicht, dass es mich verfolgt. Also ich muss sagen, es hat mir besser gefallen, als du es gesehen hast. Hey. Was war das denn? Das ist richtig gruselig. Es hasst mich. Es hasst mich. Es verfolgt mich. Ich gehe in die letzte Ecke und wir gucken mal, ob es da immer... Oh mein Gott. Ich höre schon wieder diese Ketten sägen. Ich glaube, es ist wirklich nicht glücklich darüber, dass ich es jetzt sehe. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist denn los mit dem? Vor allem bin ich da einfach gar nicht. Es ist genau über uns. Guck da oben. Da ist es. Ich sehe nichts. Ich weiß. Aber da ist es einfach... Aber es ist richtig krass aktiv. Ich wusste gar nicht, dass es so aktiv ist. Es geht. Oh. Oh oh. Vielleicht geht es... Oh mein Gott. Es ist richtig schnell. Moment. Ich gucke, wo es hinläuft. Ich gucke, wo es hinläuft. Also ich sehe es halt gerade einfach gar nicht. Nö. Es ist hier nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es hat mich einfach weggeschnitzelt. Ne. Ich gehe da nicht mehr hoch. Ich will die Augen nicht haben. Wir tauschen die da. Epic. Ich will nicht tauschen. Ich will das nicht sehen. Doch. Es verfolgt mich. Es hasst mich. Nein. Das ist so gruselig. Es hasst mich. Oh mein Gott. Wir rennen einfach von ihm weg. Da ist es schon wieder. Ne. Was war das denn? Oh nein. Ich sehe es nicht. Es soll einfach weggehen. Und es ist jetzt einfach weggegangen. Epic, das ist... Ich habe mich gerade so erschreckt. Es hat mich... Es will mich wegschnetzeln. Ich sehe es vor allen Dingen absolut ganz und gar nicht. Also wir haben jetzt den... Eindeutigen Beweis einfach. Es ist aber jetzt wieder einfach weg. Komplett weg. Okay, Leute. Wir müssen uns irgendwas einfallen lassen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall besser, wenn du die Augen wieder hast an mich. Ich will die nicht haben. Ja. Das ist so gruselig. Verständlich. Aber ich glaube, es hasst mich. Es mag mich überhaupt nicht. Es mag mich mehr. Ich würde halt... Mich würde mal interessieren, was es möchte. Oder ob es halt... Ob wir ihm helfen können. Oder ob wir ihn irgendwie einfangen können. Weil dann wird es uns besser gehen. Auf jeden Fall. Das stimmt. Und du mit deinen grünen Augen. Das sieht so komisch aus. Ja, hallo. Oh nein. So, das war es mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann ist doch einen Daumen nach oben da. Schaut beim Epic vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. 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 Tschüss.